moin moin leute und herzlich willkommen ein weiteres testvideo eine neuheit aus dem lidl in polen die triplex batterie zumec 25 schuss 25 mm in f2 eine nem wenn ich es hier auf anhieb finde von spannung steigt falls ihr die hat noch schneller als ich ist ja auch nicht schlimm auf jeden fall eine neuheit richtig geiles teil wollen wir uns mal schmecken lassen was die so kann und dann geht er gleich los wir haben doch noch mal sicherheitshalber nachgeschaut ist tatsächlich keine nem zahl zu finden die fehlt auch wirklich aber nichts desto trotz wollen wir uns die schmecken lassen und wir gucken uns die an was die kann viel spaß mit dem video ich glaube ich habe nicht zu viel versprochen ein richtig geiles teil schöne neuheit feuertöpfe folgen liefst mit drin ordentliche zerleger ordentliche blinker hatte richtig spaß gemacht richtig gutes teil für ein schmales budget geld also kann man überhaupt nichts zu sagen ne für ein schmales budget für ein schmales budget für ein schmales budget für ein schmales budget Vielen Dank.